Musik Unser Anspruch ist es, ein Mehl wie kein zweites zu malen. Und vom Feld bis hin zum Regal führt der Weg durch die Schellermühle. Mein Name ist Anita Scheller. Ich bin in neunter Generation Nachfolgerin in der Schellermühle. Ich teile mir die Verantwortung mit meinem Bruder Josef Scheller, der technischer Geschäftsführer ist. Unser Geschäft ist grundsätzlich das Malen von Mehl. Die Ware wird hier von Landwirten oder von Händlern angeliefert, wird untersucht, wird eingelagert, zum richtigen Zeitpunkt vermahlen. Und wir liefern dann unser Mehl aus an Industriekunden und eben auch in dem Lebensmitteleinzelhandel, wo unsere Marke Mehlzauber zu kaufen ist. Regionalität ist für uns sehr wichtig. Unter Mehlzauber verkaufen wir nur regionales Mehl, das heißt, das Getreide ist zu 100 Prozent aus Bayern. Das ist für uns wichtig, weil wir den direkten Kontakt zu den Landwirten haben, eine direkte Beziehung. Wir wissen, wo es herkommt, was angebaut wurde. Und genauso handhaben wir es auch mit anderen Dingen wie die LKWs. Und das spricht sehr viel für MAN als bayerische Hersteller. Jetzt sind wir froh, dass wir hier vor Ort jemanden haben, der uns mit einem guten Service hier um die Ecke bedient. MAN für unseren Fuhrpark zu nehmen, hat mehrere Gründe. Es ist ein toller LKW, der wirtschaftlich, aber eben auch für den Fahrer überzeugt hat. Er kommt aus München, was natürlich auch schön ist, kurze Wege. Und natürlich, wir haben einen sehr tollen Kia-Counter, der sich um uns kümmert und einsetzt und einfach vor Ort ist. Man hat einen Ansprechpartner. Und das letztendlich waren dann die ausschlaggebenden Gründe, dass wir uns für MAN entschieden haben. Wir beziehen aus der Region das Getreide, holen das teilweise selber mit unseren Fahrzeugen am Feld ab. Das andere bringen die Landwirte kurze Wege von Getreide zur Mühle, aber auch der kurze Weg zu unseren Kunden. Die Nachhaltigkeit, das ist uns sehr wichtig. Die Qualität der Produkte stellen wir schon bei der Annahme sicher. Wir nehmen kein Getreide an, das nicht vorher untersucht ist. Unsere Produkte werden während des Prozesses mehrmalig untersucht. Kein Produkt verlässt hier den Hof, ohne dass es nochmal letztendlich kontrolliert wurde. Das Engagement und die Leistung unserer Mitarbeiter ist der Grundschlüssel zu unserem Erfolg. Egal an welcher Stelle, egal ob im Labor, in der Verwaltung, als Fahrer, als Müller, unsere Mitarbeiter sind das Wichtigste. Und da können wir auch sehr stolz drauf sein. Natürlich haben die Lkw-Fahrer Mitsprache recht. Es ist tatsächlich so, dass es einen Fahrer gibt, der nicht mehr fahren würde, wenn es kein MAN mehr wäre. Die Fahrer dürfen alle Lkw's Probe fahren und entscheiden sich dann, welchen Lkw sie haben möchten. Und so wird auch gehandelt. Ich bin der Herbert Reinmusser. Ich bin jetzt schon seit fast 26 Jahren bei der Firma Scheller. Immer als ein KW-Fahrer. Für mich ist der MN schön, wenn man ein Temperament drin hat, dann kann man den schön fahren lassen. Das schön Fahrgefühl hat man schön weich drin. Auf den engen Straßen bei uns hält sich der Lkw sehr gut. Kommt schön um die Kurven. Dann hat man ein gutes Fahrgefühl damit. Wir sind sehr stolz drauf, dass wir hier in Reisgang als Familienunternehmen in der neunten Generation bestehen. Und hier regional Lebensmittel erzeugen, auf höchstem Niveau. Und deswegen fahren wir auch MAN. Und dann kommen wir in. Und dann kommen wir in.